Musik Im Süden Kaliforniens gibt es eine Strecke, die heißt California BDR Backcountry Discovery Route oder Route, wie wir sagen würden. 1300 Kilometer lang durch die Botanik, nur Offroad, ein echt abgefahrenes Ding durch die grandiosesten Landschaften und du triffst fast keine Menschenseele. Ich hatte die Gelegenheit daherzufahren mit der neuen F850 GS, schaut mal rein, ich würde mich freuen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017